Herr Direktor, wie Schex? Nein, das kann doch nicht sein. Schon wieder Schex, das ist unmöglich. Tut mir leid, das geht nicht. Tja, aber wir haben Monatsende. Was, schon wieder? Aber vor einem Monat hatten wir doch schon mal ein Monatsende. Und im nächsten Monat wieder ein Monatsende. Und wieder eins und wieder eins. Da fällt doch keiner aus. Also das kann nicht. Nicht bestehen Sie mich drauf. Muss ja alles mal ein Ende haben. Maurice Susro. Vielen Dank, Herr Direktor. Jean Bernadette. Herr Friedrich? George Dutré. Musik Ah, jemand hat sich verbannt, Arbeitsunfall, Achter, beurlaubt!